Scharfschützen in Position. Negativ, Sarsch. Es darf keine Panik geben. Wissen die Terroristen das, Sir? Garrick, machen wir aus London kein Kriegsgebiet, klar? Ja, klar, ist klar. Ende. Wir sind dann wohl allein, Leute. Wir schaffen das. Gehen wir es an. Moin Moin. Moin Moin, was geht? Ich bin's wieder, euer Jack. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil der Kampagne, oder zweiten Ende der Kampagne. Spielt sich ab in London. Mission heißt PKDD. Das erste, was wir machen. Äh. Wir machen erst Soldat. Und wenn es dann immer noch zu low ist, dann machen wir auch Soldat. Ja. Aufwollt euch wiederum. Was zur Verschreiber. Das sind sie. Saban Raven. Weißer Van. Mehrere potenzielle Kampagne. Oh, du denkst, wenn ich ab und zu nicht rede, wie gesagt. Zwischensequenzen muss ich nicht reden. Nicht angreifen. Weißer Van. Links. Los, los. Sie sind hier, Brüder. Sie sind hier. Los. Polizei. Keine Bewegung. Die Hände hoch. Sofort. Auf den Boden. Sofort. Und immer und immer wieder sag ich, wie es ist. Die Qualität. Und es ist anders sexy. Wie auch versprochen, keine Bildsequenzen wird lecken. USBV Detonation am Piccadilly Circus. Beamter am Boden. Mehrere zivile Verluste. Und nix. Ergleichen wird nicht synchron sein. Ich hab alles eingestellt. Ich hab alles in den Busch. Und das ist nicht nur, was ich schon gemacht habe. Ich hab alles in den Busch. Ich hab alles in den Busch. Wir sind hier. Los. Verschwindet von hier. Rutsch. Die Wurde. Die Wurde. Die Wurde. Die Wurde. Die Wurde. Die Wurde. Oh, es gibt sogar Uziiii. Geil, 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 geil. Geil. Die Jungs müssen mal nachladen. Chip mal. Also das war gerade die Tempelwäsche auf dem Gebäck zu taue. Oha, mein Hemi. Die werden doch keine Katzlose reinkommen. Das ist alles Unsinn. Wahrscheinlich. Oha, wie. Gehen wir. Oha, Dicke über 300 Euro Lage. Hier gehts ja immer richtig. Scheiße. Wow. Aha. Ah. Verwendete. Alles gut. Hast du ne Waffe? Ja, Sir. Wui. Der sieht nur da aus wie Captain Price. No joke, Dicke. Er sieht null danach aus. Er ist doch wirklich. Wui. Die Ecken überprüfen. Hier oben. Geisel, da oben. Helfen wir uns. Oh Gott, ihr habt einen bon moment. Hilfe. Hör mich immer. Nehmt das ab, bitte. Nehmt mir das ab. Sachi, brauch sie hier. Hilfe. Es gehöre nicht zu denen. Ich will nichts mehr. Bitte. Ich will nichts mehr. Es geht nicht auf. Wir können sie ihm helfen. Ich versuch's. Ich will meine Welt helfen. Sie geht hoch. Ich schaff es nicht. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Hilfe. 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 Manchmal gibt es keinen Ausweg. Aber das ist schon heftig. Dicke so was durchzumachen. Und Meshlin. An alle. Bombe Garant. Wir kommen als Sanitäter. Bleiben sie ruhig. Wir bringen sie hier raus. Verletzt? Bin okay. Nein. Die Qualität, die wirklich Zustände. Nein. Nein. Ich weiß nicht, wie gesagt es. Das war das. Herr Jungs war halbherzig. Damit alle es so tun können, als es keinen Krieg gab. Ja, wie geht es Jahrhunderts, ich weiß. Warum halten wir uns dann zurück? Weg mit den verdammten Samthandschuhen! Sir, ich höre. Bei diesen Einsatzregeln haben wir nicht die geringste Chance, Captain. Sie sagen uns wo, Sie sagen uns wann, wir sagen wie. Wir beobachten die Zelle seit noch. Haben Sie zuverlässige Infos? Wir nehmen Sie, Herr. Okay, Garryk. Let's go.